Hallo und herzlich willkommen zurück bei Doom. In allerersten Teil. Wir befinden uns im Kapitel Inferno. Schön, dass wir mit dabei sein. So, wir sind jetzt anscheinend auch in der Hölle angekommen. Oh, das Auge. So, müssen wir ein bisschen schnell machen hier. Zack, 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 zack. Weil wir haben unsere Waffen verloren, dann sind wir gestorben. So, die Bäume drehen sich auch richtig schön mit. So, ja, die gestrige Folge war ein bisschen kürzer als sonst. Ja, richtig kurz. Ja, aber muss auch mal sein. So. So, am Schwierigkeitsgrad habe ich nichts verändert. Wir spielen es immer noch auf normal. So. Falls Fragen kommen sollten. So, da werden wir Schottikern. Oh, Alter. Oh, nein, nein, nein. Oh, ich verrecke. Das ist nicht gut. Wie gemein ist das denn, bitte? Das ist ja richtig gemein. So. 130er Schuss. Das ist nicht gut. So. Vielleicht können wir da auch gleich hin, hier. Fischauge. Oh, ein Kleiner. So, den haben wir. So, jetzt gucken wir nochmal. Boah. Boah, das ist gemein hier. So. Ja, gesessen. Warte, also, wir wissen jetzt, dass diese Hot Gun eine Falle ist. So. Ah, jetzt sind wir hier. Nur guck an. Ein bisschen Armor wäre cool. Boah, Alter. Da kommt die hier aber auch in Schaden, gell? Auf engstem Raum. Das ist kein RIP. Boah, das schreit nach Falle. Hast du einen Schädel drauf? Den kann ich nicht nehmen. Ah, getroffen. Kleiner Drecksack. So. Das ist ein Portal. Wir sind in der Hölle. Wir sind in der Hölle. Ja, krass. 100% Kills. Okay, aber keine... Äh... Secrets. So. So. Ich geh gleich weiter. So. Geh gleich weiter. Die Rüstung. Die Rüstung. Boah, Digga. Boah, das habe ich mir erschrocken. Voll gut. Es ist so schnell das Gameplay. Ah, Digga. So schädel mag ich ja gar nicht. Autsch, 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 Autsch. Ich bin zu hektisch. Ich bin zu hektisch. Viel zu hektisch. Oh, da ist ein Unsichtbarer. Da ist ein Unsichtbarer. Da ist Heilung. Oh. Oh. Sehr schön. Ich habe es nur im Augenblick gesehen. Dass der sich da angeschlichen hat. Ei, ei, ei. Nur noch zwei Schuss. Auf guTH, Bum. Entschung der Zug. Auf guTH, Bum. Auf guTH, Bum. Auf guTH, Bum. Auf guTH, Bum. Äh. Aus guTH, Bum. Assick, Andreas. OInamyk SEISE cache,暴, Bum. Oh, uns geht's nicht gut. Ja, das ist ja schön. Oh nein, jetzt werden wir mal zuschüssen mit den Köpfen hier. Oh nein, jetzt werden wir mal zuschüssen mit den Köpfen hier. Hier brauche ich eine Ballon-Schlüsselkarte. Ich habe keine Muni. Oh, mit der Pfle ist es. Oh, fuck, fuck. Die Schuss bringt ja gar nichts. Oh, Pistrollen-Munition. Irgendwas braucht man. Berserker-Mod hätte ich jetzt gebraucht, ne? Ah! Hallo, geh mal weg. Ah! Ich bin mit den Fäusten ja besser als mit den Waffen. Das geht ja gar nicht. Ach, der war vor mir gestanden. Was ist denn das bitte? Die Sachen hätte ich gerne. Muss ich da einen Knopf drücken? Ich komme da nicht hin. Kann ja nicht springen. Ich kann es leider nicht einsammeln. Das ist so traurig. Ich bin jetzt hier auch irgendwie gefangen. Hm. Ich bin gefangen. Hä? Verstehst du nicht? Äh? Dessert 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 Es scheint mir doch... Was soll ich nicht sagen? Ich weiß es nicht. Ich komme hier nicht raus. Wisst ihr, wie man da rauskommt? Wie ist das Dreieck? Weil diese Säule muss doch... irgendwas bedeuten. Das musst du erst mal wissen. Ja, krass. Das muss man erst mal wissen. Alvaro? Alvaro? Hier ist da auch irgendwas weggegangen. Die Wand, ne? Die Wand ist weggegangen. Die Wand ist weggegangen. Ich weck's nicht. Mal wieder. Das ist eine unsichtbare Wand, vielleicht. Das gibt's doch nicht. Ich hänge komplett. Das gibt's doch nicht. Ich hänge komplett. Ich kann's euch nicht sagen. Ich hänge. Ja gut, dann würde ich sagen, starten wir in der nächsten Folge nochmal neu. Denn ich hab mich hier... ...der... ...verdaddelt. Er macht nix. Er will nix machen. Hier will er auch nix machen. Ja gut, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier erst mal folgendes Ende. Und ich würd mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bei Doom. Ciao, macht's das gut.